moin leute herzlich willkommen hier zurück auf hof bergmann im bergmann krimi sag mal wir haben doch hier auch irgendwo ein fermenter oder? ist der nicht so? das ist nur heu trocken dann kann man da so heu rein machen oder gras hier ist das doch oder? vielleicht geht das auch, wenn wir da gras reinschmeißen noch mal i halt mal an, dann steigen wir eben aus und gucken mal noch aber mit der neuen maus ist auch nicht so einfach die andere kommt ja morgen, ne? was machst du jetzt hier heu? heu ist das nicht laufen Sveni, laufen ok, mach dann wohl von alleine, wer? so, äh, lange Rede gar keinen Sinn, wir brauchen den trotzdem weil ich möchte ja erst mal Stroh holen wie wird der da nicht alles reingeformt, wer? Stroh holen dass das den Komposter kommt da wo wir jetzt gedroschen haben, schon mal rundum weil mit Kompost, hab ich gesagt, möchte ich meinen Kredit zurückzahlen, ne? deswegen fangen wir da jetzt an das abzusammeln dann muss die Wiese noch eingeformt werden damit, ich glaube ich, in Ruhe am Wochenende wenn ich dann mehr Zeit hab, ne? so in der Woche noch zur Arbeit ich weiß auch nicht, im Moment bin ich platt wie ne Flunder, wenn ich nach Hause komm da hab ich grad noch schnell Laub weggemacht, ne? wieder, wie immer gehört ja auch dazu und dann hier hin, ne? und dann geht's jetzt weiter, ey wir müssen doch hier lang, oder? ich meine, wo? Dreschkasten ist schon wieder voll, ne? also ist ja nicht so, als wenn wir hier bei Orman leutet damit wir nichts zu tun hätten wieso wir jetzt erstmal Stroh gesammelt hoffentlich zieht der Junge, das macht mal Eurad an, Svenny sicher ist sicher, ne? nehmen wir auch keine größeren Schlepper an den Hof warte mal kurz ein dann brauchen wir jetzt mal ein Bild nein, nein das ist ein schickes Bild, oder? sagen wir Daumen runter ist sicher juhu die Person hat's immer noch nicht gemerkt dass sie mich dann nicht mit ärgern kann also von daher mach weiter, mein Segen hast du oh, Auto safe, danke guck mal, dann läuft er geht die Echscheibe auch auf? IC ist grad nicht an Stisse weil wegen hier, weißt du oh, Autodreif wir müssen mal auch noch Cruiser einfahren, ne? ich hab das immer noch nicht belegt weil ich da nie dran denke, ne? da bleibt so wirklich wenig wir sehen, dass Stroh hier wegkommt im Komposter das ist wichtig das ist ja ordentlich produziert denn wie gesagt, da wollen wir Kohle mitmachen, ne? erst mal wir sollen mal in den Kuhstall gucken, ob da mehr hier ist ich weiß gar nicht, ob an der Butteranlage ein Fass steht hab ich alle noch nicht nachgeguckt noch keinen Tiet gehabt, ne? von wegen hier Erntestress jetzt und so von wegen, das wollte ich mal nachgucken, ne? easy peasy ein noch ein Ander, ne? einen Wagen können wir noch in der Heutrocknung dann fahren, ne? können wir für die Mischfutterproduktion benutzen hat da ein Gras noch auf der Fläche Liege und den Rest irgendwo ist sie doch im Fermenter, ne? wenn wir da reinheizen aber was soll man mit dem ganzen Gemüse sonst liegen lassen kannst du auch nicht Presse haben wir noch nicht schwer, ne? schwierig Kompost da vorne, finde ich, ist zu schade, ne? guck mal, der klettert hier aber so hoch, unser Junge auch schon wieder voll in Mändel Sackgut könnten wir, glaube ich, das nächste Mal herstellen, ne? eins nach dem anderen ich habe noch eine Folge Stappenbach seit anderthalb Wochen auf dem Rechner liegen vielleicht sollte ich die euch eh zeigen ein Plan weiß ich noch nicht nein, nein, nein so ist das denn liegen, ne? schicki feini hier hier ist aber auch viel Arbeit, ne? hier gleich schon wieder voll, oder? aber nicht schlimm rein theoretisch können wir hinterher noch was in Kuchenstadt fahren aber wie gesagt, der Kompost haben wir uns jetzt erst voll dass die an Rennen kommt finde ich ist wichtig wenn wir das noch nicht geschafft haben dann läuft der Laden na komm, Junge da ziehst du doch jetzt, oder? die kleine Steigung mein Freund im Kupferstecher, die muss so gehen pfff nur meins, ne die Schauf haben wir auch noch nicht vielleicht sollten wir da ein paar von kaufen aber die sind so schweineteuer, ne? hätten wir da Kross reinfahren können oh nee jetzt kommt Kollege Schnüsch bisschen Maschinen stauben hier so, die sind ja wieder sauber lauf die ist doch irgendwo ein Fermenter, oder? da, guck mal da ist doch der oh schieben wir da eben hoch? oh oh da hab ich sowas von gewusst, ne? der Boiling-Ladewagen, dann läuft der Laden, ne? siehst du auch, dass das Ding gebraucht worden ist, ne? schaltet der schon inzwischen? ich fahr'n kann er auch nicht mehr da kommt auch nicht was drin, ne? dann so muss hat er auch ich glaub' der Wagen wird gar nicht doch, Wagen wird leer, ne? 37 ja, könnte knapp werden ja, ich glaub' grad so, ne? nicht das läuft ja nein nein äh nein alles gut, boy? nee, guck mal die Kälber das find ich ja genial, ne? das feier ich ja echt da bin ich ja ganz ehrlich ich drück' immer die falsche Taste macht der Gewohnheit macht der Gewohnheit guck mal, wir haben hier noch da was stehen, ne? Saatgut und so Dünge das läuft auch den Müll müssen wir ja auch mal wegräumen, ne? das wäre ganz vorteilhaft das müssen wir zur Deponie bringen, oder wie ist das, ne? bei einem nach dem anderen erstmal haben wir eigentlich noch genug Arbeit da kommen wir, glaub' ich, gar nicht hinterher bei dem, was hier alle so zu tun ist ein bisschen graben ne, wa? beziehungsweise haben wir ein Vieh-Arte davor zieht alles außer sich um die Kurve der Wagen ist auch ein bisschen groß, ne? aber ich hab grad nicht wirklich einen anderen muss gehen na, na aus ich wollt' mal hier zugehen wo ist denn die Milchhütte? äh, die Butterbude wisst ihr denn? na, na, na mach mal noch einen weiter, Svenny hier müssen wir wahrscheinlich aussteigen so, auf der Suche nach der Butterbude äh, wo bist du denn? wo ist eigentlich hier? hier ist der Rügenschnitzel, ne? Butterbude ah, da ist sie, glaub' ich, ne? lauf mal ein bisschen schneller lass uns mal nachgucken ob wir da so'n Wagen haben wird wir da mal mit mich hinbringen können, ne? alles klar so, mach mal auf hier, gucke mal da so, du brauchst'n Rückwärtsgang oh, anmachen oh, anmachen so, wo ist denn mein ah, der Milchtang war in der Halle, oder so? kommen wir da überhaupt wieder rein? seh, denn mit der Mopsgeschwindigkeit brauchst du aber Länge, ne? wie ist das denn eigentlich für ein Hobel? ich weiß das immer noch nicht Milchtang war davor im Stall, ne? mit Muck wie eben da können wir nämlich schon mal Butter herstellen das wäre ja gar nicht so uncool, ne? ich glaub' so'n bisschen Milch haben wir schon hallo ne, meine kleinen Scheißerlein wie ist die Lage? gut ja, das freut' dich Sveni das freut' dich Sveni guck mal, den haben wir auch noch nie benutzt, ne? ich steh' da nur rum machen auch gar keinen Dreck im Moment, ne? ne, so kann ich nicht vorn guck mal, hier so hier war doch irgendwo der Milchtang, ne? nein, nein, nein ich glaub' da hier so rum, ne? da? ja, guck' ihm mal da da haben wir ja an den vorn im Kupferstecher ich guck' nicht so weit rum um durch den Stall heizen bist nicht Idiot, ne? aber ist egal da kommt aber auch schon mich zusammen, ne? kriegen wir schon mal einfach eine Buttermischung voll premium 5000 tut der zick die ja die sind aber auch ein bisschen knöttrig unsere Kühe, ne? da gehen auch nicht so gut die immer so rumknöttern müssen hier hab ich ja gerade gesagt, ne? hör doch mal zu ist nicht schön wenn ihr so anknöttern seid oh, da ist gar nichts drin kann man die nicht hier umfahren? brauchen wir nicht immer so weit fahren und zwar schlecht hier rein, weil so, jetzt müssen wir hier hin, ne? langsam geht das Ding von alleine an, ja, ne? ich glaub wo lass uns mal eben Kükküche machen wie es überhaupt bei den Kühen aussieht oh, da müssen wir noch ein bisschen was reinfahren den nächsten, ne? ja, ja, ja machen wir hier weiter Schaffer haben wir nicht Zebos was sind denn Zebos? Zebras? Scheune ziehen mir fehlen doch noch Viecher, oder ne? wo sind denn die Enten? oh, die werden gar nicht angezeigt, wa? nein, 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 nein was sind denn Zebos? wo gibt's denn jetzt Zebos? da sind was ist hier? Schaufel, ne? Schaufel Kuhweide was ist hier? Zebos besuchen das will ich mal sehen Aha sind das Kühe oder was? weiß ich auch nicht das sind ja Kühe okay alles klar ja, 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 ja klingt nach ein Plan das klingt nach ein Plan aber liebe Leute ich sag jetzt erstmal danke fürs zu gucken bis hierher ne? wenn's euch gefallen hat würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, ne? und wenn's euch gefallen hat hier auf dem Chaoskanal und ihr wollt nichts mehr verpassen dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Tschüss